Ganz kurz ein Tutorial, wie die Aufgaben am Web und das kommt. Dafür könnt ihr euch einerseits über die Schollseite anloggen, wie auch in diesem Fall den Nozzle. Ihr könnt aber auch direkt Web und das an ihre Schollnum.lu angehen. Da kommt ob ihr heute seid, wo ihr euch könnt ihr eure IAM anloggen. Und zwar wann ich geflüssig mit eurem IAM. Die muss ich auf IAM drücken, da könnt ihr euch anloggen mit eurem Passwort. Dann kommt auch eine Zeit, wo ich Hausaufgaben angewiesen gebe. Hier gibt es verschiedene Sachen am Stundenplan. Da gibt es auch meine Daten und da gibt es auch Hausaufgaben. Da gibt es zum Beispiel in Dönsten, wo ihr die Daten dazu machen könnt. Dönsten, wo ihr euch könnt.